Hallo. Hallo. Und willkommen zurück zu VioVilion. Ja, wir sind hier dabei, äh, so schnell eine Gruppe für Violet Gold. Oh, was? Ich kann die Quests nicht machen, solange ich nicht die... Wer macht denn so einen Scheiß? Blizzard. Also, ich kann, äh, die, die Inji-Küsse nicht weitermachen, solange ich nicht den Dungeon da freigeschaltet habe. Oh, come on, Blizzard. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Well. Gut, ähm, ja, was machen wir denn? Was machen wir denn? Ich will sagen, da können wir eigentlich in unsere Base gehen, hier in Suroma, und mal mit den Leuten schnacken. Außer ich finde noch irgendwie eine interessante Welt-Quest, die wir dann machen können. In zehn Stunden mal. Äh, Leute, für... Das bringt auch 300, das könnte man auch noch mal machen. Ähm. Oh, wie, äh... Halt, nee, ich muss zurück in die Base. Wir haben da ja noch Quests auf. Danach können wir uns zurück. Mit Quests. Oh. Hm. Könnte man vielleicht auch mal angehen. Das sind ja 225 Plus. Die sind uch 250. Okay, dann gehen wir zuerst mal in unsere Base und starten die Mission neu. Also neue Mission. Hm. Hm. Ja, 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 ich komm ja schon. Hm. Ja, 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 komm hier hoch. So, die Katz. Ähm. Ruckeln, nicht? Rubbelruckeln. Epp. Geschwung. Wir haben Bonus-Loop. Äh, uhu. So, aber wir können jetzt hier more general machen. Und... Oh, halt, nee, stop, stop. Was hat das hier eigentlich mit unserer Bonus-Mission? Immer noch Minus. Wieso ist das immer noch Minus? Der ist 110. Achso, Item-Level 110. Und der ist hier 116. Okay. Ähm, aber wir können... Warte mal, Anhänger. Wir werden mal als erstes von... Amul-Push. Der ist jetzt auf 7. 10. Ja, das ist auch noch ein großes... Wie lange braucht das? 6 Stunden. Nee, wir machen lieber erst hier Prioritäts-Mission. Halt. Ja. Wie kann ich helfen? Wir werden die Wildnis schützen. 107. Das hat erstmal Priorität. Können wir... Haben wir noch... naja, jetzt für den Schädel. Können wir noch machen. Können wir noch machen. Ja, 175. Natürlich die noch. Oder nee, die machen wir für 10 Stunden. Das prob' ich mir jetzt. Mit der Wut der Natur! Können wir jetzt so machen. Können wir denn... Ja, wir können noch einen losschicken. Maximum... Usage out of the teams. Gleichgewicht in allem. So. Bam. Jetzt haben wir zwar einmal Leute weggeschickt hier auf... Ich hätt' ich das vielleicht auch mit zwei Bäumen machen sollen. Na, ist egal. Jao. Wird eh nix mehr hier. Läuft in 8 Stunden ab. Oder ist alles... Wird alles vorher fertig. Okay, also könnten wir das vielleicht noch machen. Aber ich glaube nicht, dass wir das item-level soweit gepusht kriegen. So, ähm. Und wo wollte ich jetzt hin? Scheiße, ich denk' es wie ein 7. Wo wollte ich jetzt hin? Achso, nach Suruma, um... S3 da weiter zu gehen. Und... Ah, hier war doch irgendwas mit nicht knapper Zeit. Egal. Keine Stunde. So ein... Hm. Also... Ich würde sagen, wir machen jetzt das da. Keine Suchung mag wer. Da wäre dann der Dicht... Wo... Wolltest du, denk' ich mal, hier wieder der Tempel. Keiner sich findet. Hm. Ich würde ihn mit denen. Ich würde ihn mit denen. Oh, okay. Moment, wir haben jetzt die Maueruhr 13 bis 23 wieder Oh, 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 oh Can you go? Noch ein Tank Heat Tank Nur noch ein Tank Jemand dran, weil alleine schaden Aber letztes Mal auch Oh, oh, oh Ist da jemand? Huck auf Ja Jetzt ist hier eigentlich Jetzt wirds na wir nehmen es mal an vielleicht ist das ja in derselben bereich inwählen hier ist er das andere Das ist einfach. Werte zu tun. Ja, Vera. Ja. Oh, na Mensch, darf ich hier eine Dingsmünze zu finden für Artefakt-Power? Ja, ja, ja. Sucht nach Kalendros Eisenhain. Na komm, wir nehmen es mal an. Alles, was wir so unterwegs finden. Hallo, was machst du denn hier, Kleiner? Ah, nicht umdrehen. 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 Hm. Hallo. ich kann doch die quest abgeben ich sollte die quest hier abgeben ich kann sie aber hier nicht abgeben warum auch immer ach da ich will meine supermark hauptquest rein endlich hier irgendwelche haustier wo waren wir stehen geblieben wir wollten boah ein blut von sarrius ich hätte ja gehofft dass die quest die uns geben hier in dem bereich sind auch hin müssen aber immer die christ wird jetzt nicht angezeigt ist ja scheiße aber ich denke mal so hoffe ich dass er dann immer für die karte haben wir hier bekannt unbekannt ich werde versuchen teuren zu schützen ja schenk go go on come on yay yay hi off we go up pew pew helle portius ach da laranius schnellius machius videos merck jucker dann müssen wir jetzt durch so wie sieht es eigentlich so mit unser defaktor sind wir schon bei 2k wieder hier 2,4k füllen nur noch 9k ruhig auf den portstein oh ja 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 Das ist der Hunde. ... 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 1 sec 2 sec 3 sec 4 sec 5 sec 5 sec ... ... ich wollte kann man jetzt endlich hat es geht um ein glück raften und 800 nicht meinen spielpunkt ein gutes gut auf we go und dann gehen wir mal dem ganz hier noch ein führer befördern feuer frei ist euer auf we go das es sei verschluckt also die kriegen wir mal im popo sind wir dann so hat der heiler zwei hand schwert ich habe eine Hand, ich habe eine Hand, ich habe zwei Hände oben not my beef not my beef don't do this with me silence i'll kill you was hast du da? hütet euch pju 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 wie sieht es aus? aus was? der ist immer noch nicht tot der war doch down gottverdammt oder habe ich ja die ganze Zeit auf das falsche ziel geschossen hütet euch und da hat es den Heiler zerfetzt waaaah well mh mh hh r r r r r r r hoch und so genau deswegen ist und so ja gut ist klar dass das noch holprig ist der wahl jeder erst mal einschieben du hast den sinne des wortes hohohoho schon dann schon es gehabt gut das habt ja wahrscheinlich einen dk alleine das war auch bloß hc aber das war das in der das dickicht haben wir nicht auf mich was ich mir nur wünschen würde ist wenn man die geile so ein bisschen in richtung ja was ist so wie die natur halt lassen irgendwie machen können dass die so ein bisschen so mit glättern und was denn ich habe keine zu auf 80 nee quatsch nee zwei drei stücken irgendwie war doch schon gern cool hütet euch interrotten leute ist denn das so schwer und wieder durch kassen Ich brauche nichts zu tun. Pfff. Gott verdammt. Pfff. Ein Boss, wo wir das Teil looten. Ein Boss. Pfff. Gut, wäre schön, wenn wir auch die Inni schaffen, aber ganz ehrlich. Wie das schon wieder läuft, ne? Leute, die nichts hatten und so. So ein bisschen. Vor allem... Hattenpriester, der hat glaube ich bloß 8 Sekunden, ne? Ein Interrupt. Hey Schnubi! Der uns ja nicht hören kann. Oh come on, was macht die denn da? Alter Schwede. decide? Ich habe einen Erklcurア Admiral Funktion zu tun. Ich drei Jahre hier auch Lust. Ich habe die Ausmachtung in den Hecht später mal gehört. Die Ausmachtung in der fauconie wird eingelogced. Gott verdammt Letztlich ein unheilvolles Grauen überkam Ich frage, dass ihr ihr seid Moment, diese Stimme kenne ich Oh weh, was habt ihr getan? Schnell wieder in die Zelle mit ihr Das ist eine Frau Billhaus, jetzt bist du dran Ah, wir haben's Hm Bereit zu explodieren? Entschaufe die Eichhörnchenbomben bevor sie explodieren Du kannst dich nirgends von mir verstecken, Billhaus Nirgends Nein Der Tank? Äh, Heiler? Da hinten Oh Ay, 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 ay Läuft noch wieder, ne? Okay Ready? Hey Bauern So, ich hab keine Ahnung, wie da was geht Wenn wir die noch nicht hatten Ja, hüpft nicht so rum Und Ach, was ein Tank macht Nicht, bist du dran Hat überhaupt 55 Entschaufe die Eichhörnchenbomben bevor sie explodieren Jetzt geht's halb her Ingenieur Stört jetzt die nästigen Raketenhöhchen Sie werden feiern Ich muss zuerst etwas wieder sehen Ich muss zuerst etwas wieder sehen Ich muss zuerst etwas wieder sehen Was? Ich will sie dann gleich mal sehen Ich muss zuerst etwas wieder sehen Ich muss zuerst etwas wieder sehen Und ich muss sie in Deutschland Und ich will sie dann sehen Oh nein! Die geht durch, die Bumme! Das hat nicht geklappt! Ich wusste es, Milhout! Nein! Betty enraged! Oh, ist er das? Oh, boy. Oh, man. Oh. Oh, man. Es... ...sich nirgends vor mir verstecken, Milhouse. Ja! 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 Ah, well, well, well. Ah, well, well, well. Okay. Okay. Ah, nee, lass mal stecken, nee, der muss nicht sein, also, nach zehn Jahren, zehn Folgen dran rumweiten, soll ich dann auch? Hat man eigentlich schon unser Deli Hero gemacht? Ich glaube ja, ne? Nee, haben wir noch gar nicht. Gut, das werden wir dann, äh, äh, das werden wir in der nächsten Folge machen. Hup! Wo sind wir hier? Wo waren wir jetzt hier eigentlich? Fertig? Ruma. Ach ja, genau hier, das wollten wir, da waren wir. Okay. Okay. Auf nach West. Obwohl, dann könnten wir eigentlich, ne, können wir auch jetzt erst in West. Und geben dann, dann danach die Indie-Quest ab. Da probier ich noch mal einen anderen. Da haben wir ja unseren Indie-Kram zusammen und da ist ja im Endeffekt egal, was wir finden. Okay. Eine Mythic-Dansion. Na komm. Wir probieren noch mal irgendwas anderes. Nicht gerade. Dammel. Nix. So, wir müssen vielleicht. Druppen. In der Topferkeit. Ne, die haben wir heute schon fest. Ehm. 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 Ruy just a ratz? 800? Was? D Ruhig. Fuck off. D Ruhig. Ois. O. Oh, Schwarzfeldspitze? Ne. Da gehen wir nicht hin. um um world of the maiden uh world of the warden uh 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 Ah, f**k. Pelay-Linie ins Bettel? So? So viel sind Teleporter, ne? Ne Tanks, keine Tanks. Aha, wie ist das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm. Ich will nichts von dir. War ne rare Mord, ne? Kommen wir da hin zu dem Lilienkack? Muss doch irgendwo denn... ...un da runter sein, oder? Eingang, ja. Oh, da kommt was abbauen. Da hat jemand was abgebaut. Was da hin abbauen können? Und warum steht da nicht? Ist der so eine Le-Linie? Ja. Was der mit Blizzard? Hier unten irgendwie ein komplettes Netzwerk von Gebäuden. Ach, wisst ihr was? Wir begeben uns zu unserer Quest hin. Was machen denn in der nächsten Folge... ...fest? Äh... Endlich. Weiter. 2? Was? Eigentlich. Ach so, ja, das war... Hello. Oh, hier haben wir wieder Mana. Hallo. Auf. Hier hören wir noch irgendwo was mit Weltquests hin. Noch, äh... Friedenkampagne. 27 von 30. Ähm... Ist auch so gut wie erledigt. Mit unserem Mana aus. Äh... Fünf... Feinsam. So, okay, dann bist du hier, äh... Angekommen. Und dann sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bye.